Capcom presents Marvel Comics Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Marvel vs. Capcom Video und ja, wir werden hier noch einmal ein X-Men vs. Street Fighter 1 Arcade Run machen und zwar mit Wolverine und Ken. Ja, das folgende Video, das habe ich dann mit Rogue und Cammy gestartet. Hier machen wir es mit eines meiner natürlich liebsten Comic-Figuren, Wolverine und den ich damals gerne in Alpha definitiv mehr gespielt habe, Ken. Ken ist hier auch mega extrem. Hier fing es ja langsam an, dass die Street Fighter Charaktere richtig krass würden. Ne, passend zum Passend zum Versus Spiel Und ungleiches Team, aber Ja, wir gehen, Club. Ready? Fight! Drill Club Versus in Mirage Drill Club Good Verde Versus in Mirage Good Verde Drill Club Versus in Mirage Versus in Mirage Ja, und Ken kann auch. Boom. Ja, kann er, Hadoukenz. Versus in Mirage thrall Versus in Mirage Versus in Mirage Med Versus in Mirage Versus in Mirage Ich bin der Beste in dem, was ich tue. Rogue und Cammy. Weapon X. Ich bin der Beste in den, was ich tue, was ich tue. ja man sieht bei ken die alfa sprites an alvorin der ist hier der ist ganz gut dabei geblieben ich glaube das ist sogar das vorgesehene team weiß es nicht aber ich ein weppenex baby weg fliegt er ja es ist das ist krass ja das ist was noch mal rogue? rogue hat Bock mit Chun-Li ey 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 go 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 Schnell-Kett! Jaa, mit Kennen und Wolverine zu spielen, das ist die Entscheidung Leute, man hat die Qual der Wahl, das ist so krass Ja, Storm Ich denke schon, dass ich Storm gespielt habe, aber ich wüsste jetzt keine neue Kollaboration, deswegen Bam, 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 bam Hey, Sommersu Hey Hey Und das ist ja nur der Anfang Denn am krassesten finde ich ihn persönlich in Capcom vs. 10k2 Ach, die beiden Magneto und Bison, ja, das ist ein Team Das passt zusammen Scheiße, Alter Keine Gnade, Alter Das Das ist wieder sowas, was nicht möglich ist Ah, du Du Arsch Weapon X Danke Jai Tja Tja das fetzt leute das glaubt könnt ihr mir kaum glauben aber das fetzt richtig apocalypse die entscheidung mit wollen wir erkennen apocalypse ein sehr der der größte erzfeind der x-men ich muss eigentlich hinter seiner faust oh shit Wisst ihr was, Alter? Okay, es ist Logan! Kein X-Man, also ich meine ein X-Man, wir sehen mal ein X-Man-Ende. Mal zur Abwechslung. Erstes, jetzt Cammy und Street Fighter Ende. Now, let's get down to the Slice and Dice and. Wolverine vs. Ken, das ist so eine coole Idee. Das ist so übel, dass man hier noch, dass der Berserker berutscht. Weapon X! Tornado Claw! Keine Chance, man. Ah, Jubilee! Was ist das Ryu-Guy? Das Ryu-Guy! Klar! Is he hardcore or what? It don't matter about his fame or attitude, kid. Ryu is an honorable fighter with great honor. Ah! Wolverine halt, ne? And I respect him for it. Verrückt, Alter. Ja, meine Damen und Herren, das wär's mit X-Man vs. Street Fighter. Ja? Wir können's vorspulen. Game over! Ah! Ja. Okay, meine Damen und Herren, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch ein Like da und ein Kommentar. Und wenn euch nicht nur mein Marvel vs. Capcom bzw. Fighting Stage Zeug gefällt, dann hinterlasst doch ein Abo da und hängelt deine Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und wenn euch nicht, wie gesagt. Ja, ich bin die Kay, das ist Game Stage 5 und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt… Marvel Super Heroes vs. Street Fighter. Ja. Endlich, wie ihr schon auf dem Cover seht, ich kann mit Sakura spielen. Ja. Ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das rauskommt, aber da werden wir uns wiedersehen. Alles klar. Wiedersehen. Bye, bye.